Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin und das hier ist meine Lernplattform mediendigital.net. Die entsteht jetzt gerade neu. Warum neu? Wenn man sowas hat, läuft das nicht ewig? Nun ja, also die ersten Versuche damit sahen so aus, dass ich mich darauf verlassen habe, dass die Betreiber von öffentlich zugänglichen Plattformen, wie zum Beispiel wie hieß denn diese Plattform nochmal? Wikispaces hieß die damals, dass die einfach immer weitermachen und das war eigentlich ganz schön. Ich musste nur meine Seiten einpflegen und irgendwann kamen die aber dann auf die Idee, das ganze Ding abzuschalten. Warum? Weil es einfach unlukrativ wurde für die, zu teuer. Da haben zu viele Lehrer zu viel Material reingestellt und das hat einfach kein Geld gebracht und dann kam noch ein neuer HTML-Standard und schon war die Plattform weg. Ja, ärgerlich. Also ich musste sämtliche Inhalte nochmal neu einpflegen, eine neue Plattform. Und da habe ich mich dann entschieden für ein Website-Builder-Tool, das war Wix.com. Das ist eine sehr populäre Firma. Und tja, damit habe ich mir allerdings auch ein Ei gelegt, weil Wix.com ist sehr grafisch orientiert, ist sehr schickimicki. Also es hat nicht so den Charakter eines Wikis, wo man permanent neue Seiten hinzuschreibt. Ja, und deswegen habe ich dann auch gedacht, das war wohl nicht die richtige Wahl für das, was ich damit vorhabe. Und weil Wix.com auch richtig Geld kostet, brauchte ich eine günstigere Möglichkeit. Und ich habe mich dann dafür entschieden, jetzt selbst eine Domain zu beantragen. Die habe ich dann auch bekommen. Das ist hier mediendigital.net. Und ja, da könnte ich jetzt sämtliche Inhalte einstellen. Das wird irgendwann mal wirklich eine eigenständige Domain werden, wenn ich genügend Inhalte hier drauf habe, die dann auch genügend frequentiert werden. Solange hier bloß zehn Seiten drauf liegen oder 20 oder 30, wo drei Besucher am Tag vorbeikommen oder so, ist das Ganze uninteressant. Und das wird einfach so genutzt im Moment, dass der Link von mediendigital.net umgeleitet wird auf meine Hauptdomain songlab.de. Dort liegen schon viele Seiten zu anderen Themen. Alle meine Projekte, die ich mache und die werden natürlich alle weiter beständig ausgebaut. Nicht am gleichen Tag. Ich habe immer Arbeitsschwerpunkte, an denen ich gerade sitze und an denen ich die Dinge weiter bearbeite. Aber es ist wert. Ein paar Jahre habe ich ja noch zu leben. So, jetzt bin ich 60 seit ein paar Tagen. Und wenn ich 80 werde, kann ich jetzt noch 20 Jahre meine Plattform ausbauen. Und ab sofort werden alle meine Inhalte vorzugsweise auf eigenen Plattformen eingestellt. Und falls das nicht der Fall ist, wie zum Beispiel große, fette Videos, dann packe ich die zum Beispiel anlistet auf YouTube, auf einem speziell dafür angelegten Kanal, Schulkanal. Und die kann ich dann einbinden in sämtliche Plattformen, wo sie gebraucht werden. Beim Lernraum Berlin, ja auf mediendigital.net, wo auch immer. Also ich kann sie per E-Mail verschicken, wenn der Lernraum Berlin nicht läuft. Ich bin da also völlig flexibel. Ich kann Seminare halten zu meinen Inhalten. Ich kann damit machen, was ich will. Weil einigen wird es bekannt sein von Ihnen. Lehrer produzieren heutzutage großenteils ihr Lehrmaterial selbst. Weil Lehrbücher kommen gar nicht mehr hinterher mit all dem neuen Stoff, den man vielleicht so hat. Zumindest in meinem Bereich ist es so, Hard- und Software, die hängen immer locker zehn Jahre hinterher. Die haben irgendwann mal angefangen zu schreiben. Und wenn dann der Lehrer auf Rente geht, dann denkt er, oh jetzt schreibe ich mal ein Buch, dann brauchen wir noch fünf Jahre, dann haut er es raus. Und leider schon wieder veraltet. Also deswegen, ich passe mein Lehrmaterial jedes Jahr ein bisschen an. Und ich unterrichte auch nicht alles, was ich jemals gemacht habe, sondern das steht dann halt hier rum auf dieser Seite und das vergammelt dann halt. Das braucht man dann auch nicht unbedingt. Da geht man dann punktuell vor, dass man speziell an einer Stelle dann sich einarbeitet, was gerade aktuell ist und was gerade interessant ist. Jetzt fragen Sie, gibt es denn da keinen Rahmenlehrplan? Doch, aber der sieht genau das vor. Der hat das schon mit drin, diese Denke, dass wir in einer dynamischen, technischen Entwicklung drin sind und alles, was da drin steht im Lehrplan, ist sozusagen Geräte in Betrieb nehmen. Ja, welches Gerät nehmen Sie denn in Betrieb? Das, was vor zehn Jahren mal interessant war, zum Zeitpunkt, als der Rahmenlehrplan geschrieben wurde. Also Sie gehen dann in einen Laden, falls der noch existiert jetzt nach den Lockdowns. Ansonsten lassen Sie sich schicken von einem Elektronikversand oder so. Und dann lesen Sie mal die Bedienungsanleitung, schalten das Ding mal an, laden die Akkus auf, spielen damit herum, schauen, was damit zu machen ist. Und das ist jetzt so die Herangehensweise, wie ich dann meine Schülerinnen und Schüler dazu bringe, völlig unbefangen mit neuer Technik umzugehen. Die basiert ja meist auch auf alten Grundlagen und die kommen in dem Zusammenhang natürlich auch wieder vor. Das heißt, ich unterrichte auch Bits und Bites natürlich und Datenmengen und Streaming und WLAN und alles, was im Moment aktuell ist in dem Zusammenhang. Nun gut, warum habe ich so einen doofen Hut auf hier vor der Kamera? Ich verrate Ihnen ein Geheimnis, weil die Frisüre nicht aufhaben. Wie das Unkraut da im Moment aussieht, hier an den Seiten konnten wir ein bisschen mit der Maschine einmal so zu Hause rüber gehen, aber eine Frisur wird da nicht raus, ne? Nun gut, egal. Ich will ja hier nicht vorzugsweise Späßchen machen, sondern so etwas wie diesen Bücherstapel hier auf die Plattform kriegen. Mediendigital.net ist meine neue Plattform, die wird beständig ausgebaut und ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. Schauen Sie mal hin und wieder mal vorbei. Tschüss. Ja. Direkt nochmal. Vielen Dank.